Hallo, mein Name ist Roland. Ich bin Produkttrainer bei Bosch Powertools. Hallo, ich bin der Matthias und der zuständige Produktmanager für Akku-Drehschlagschrauber. Wir haben heute einen neuen Drehschlagschrauber in unserer ganzen Baureihe. Matthias, kannst du was dazu sagen? Mit dem neuen GDS 18V 54 HC schließen wir hier die Lücke im Mid-Torque-Bereich zwischen der 300 Nm Klasse und der 1000 Nm Klasse. GDS 18V 54 HC steht für gewerblicher Drehschlagschrauber, Mitglied der 18 Volt Familie, 54 Nm Drehmoment, H steht für die Durchgangsbohren des Außenvierkants und C für die Connectivity mit der Bosch Toolbox App. Und jetzt ist noch die Frage, für welchen Anwender ist dieser Drehschlagschrauber gedacht? Klassischer Anwendungsbereich sind natürlich alle Metallarbeiten, der Schlosser, metallverarbeitende Betriebe mit metrischen Schrauben zwischen M10 und M20. Natürlich kann ich dieses Gerät auch für Holzschrauben verwenden. Und ich denke auch ideal für Betonschrauben? Auch hier aufgrund seiner Leistungsfähigkeit sind hier Betonschrauben bis zu 8 mm verarbeitbar. Also denkt zum Beispiel an Handläufe in Treppenhäusern, an Balkonverkleidung etc. ist mit diesem Gerät möglich. Und eine typische Frage beim Training bei mir ist nachher mal, welchen Drehschlagschrauber empfehlen wir für den Radwechsel? Also für PKW reicht die 300 Nm Klasse vollkommen aus. Mit diesem Gerät ist es möglich, auch bei SUVs und selbst bei kleinen Transportern die Räder zu wechseln. Und auch hier gilt natürlich beim Akku, hier ist montierter Procore 18V mit 4,0 Amperestunden. Ist natürlich kompatibel mit allen unseren 18 Volt Akkus rückwärtskompatibel bis 2008. So, jetzt haben wir mal eine Metallanwendung vorbereitet. Ein Ventil mit einer typischen Metallverschraubung in der Flansch und das möchte ich gerne mal ausprobieren. Gerne. Wie bei allen unseren neuen Akku-Drehschlagschraubern haben wir auch hier die Möglichkeit, je nach Schraubengröße über die Drehzahl ins Drehmoment indirekt einzustellen. Beispielsweise liegt hier auf Stufe 1 52 Nm an, auf Stufe 2 dann 330 Nm und die volle Leistung erreiche ich auf Stufe 3 mit 54 Nm. Natürlich kann ich auch ohne Verbindung des Gerätes mit der App die vollen Möglichkeiten der vordefinierten Modis nutzen. In diesem Falle ist es der Modus A und den zeigen wir jetzt euch. Genau und typischerweise, das kennt jeder, diese drei Geschwindigkeitsstufen. Ich ziehe meine Schraube an und bleibt noch 1, 2, 3 oder 4, 5 Sekunden drauf. Viele wissen es auch nicht so richtig. Wir haben das standardmäßig mal auf eine Sekunde gestellt, was sich dann aber je nach Anwendung auch noch mal ändern lässt. Das zeige ich später. Jetzt erst mal Mode A anziehen. Man sieht, ich bin noch mit dem Finger drauf. Jetzt entsprechend wieder lösen und eine Umdrehung. Ich kann meine Schraube abnehmen. Ideal. Wenn ich irgendwo oben arbeite, auf dem Gerüst oder sonst wo, fällt mir die Mutter nicht runter und auch egal wo ich arbeite, in dunkler Umgeben oder sonst wo. Jetzt zeige ich euch schnell auf der App, wie das funktioniert. Ich habe hier den GDS 18V 450. Jeder einmal rein und dann sieht man hier schon die zwei Modi A und B. Auf A metrische Schraube. Das ist grün hinterlegt, weil ich gerade am Gerät das entsprechend aktiviert habe. Und da sehen wir jetzt schon das ABR, Auto Volt Release. Das ist eingespielt auf eine bestimmte Zeit. Das könnten wir jetzt entsprechend umändern. Dann habe ich Auto verlangsamen. Das wäre eine weitere Funktion, wo ich nach dem Lösen auf eine ganz geringe Geschwindigkeit zurückschalte und das Abschalten nach Zeit, was ich entsprechend am Anfang gezeigt habe, eingestellt auf eine Sekunde. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr euch mit der App verbindet und welche Möglichkeiten euch die App im Metall, im Holz als auch im benutzerdefinierten Modus bietet, dann schaut euch doch bitte das verlinkte Video an. Mit diesem Gerät kann ich auch Holzschrauben entsprechend verarbeiten. Dazu muss ich hier auf Modus A Metall auf den Modus B für Holz wechseln. Der Vorteil ist, ich kann damit Schrauben bündig eindrehen. Das lassen Sie jetzt mal probieren, Roland. Ja, das probieren wir natürlich aus. Ich würde es gerne erst mal mit der Stufe 3 zeigen, Maximalgeschwindigkeit. Was dann typischerweise passiert, ich habe jetzt hier 6x60er Schrauben und verschraube die hier einfach mal in den Balken zum Vorführen. So, und das ist eigentlich nicht bündig, sondern wenn der Schlag anfängt, dann geht die mir zu tief rein. Ich kann gar nicht so schnell entsprechend lösen. Jetzt gehe ich hier einmal auf die Stufe B, mache das gleiche wieder. Stoppt exakt bündig, nochmal eine zweite. Stoppt exakt bündig und genau das ist der Vorteil, wenn wir entsprechend die Funktion B verwenden. Je nach Betonart und entsprechenden Beischlägen des Betons lassen sich Betonschrauben bis zu 8 Millimeter hervorragend mit diesem Gerät verarbeiten. Tja, und dazu habe ich mir mal so Ausleger vom Elektriker besorgt und 8er Betonschrauben und das probieren wir jetzt mal bei uns im Außenbereich aus. Dieses Gerät eignet sich auch hervorragend zum Lösen von Radmuttern, von SUVs als auch Transportern. Tja, und weil das sich hier im Studio schlecht zeigen lässt, sind wir dazu in die Autowerkstatt gefahren. So, wir befinden uns jetzt in der Autowerkstatt vor einem Transporter. Matthias, packt der Drehschlagschrauber die Schrauben von diesem Transporter zu lösen? Das Hauptproblem bei den Radmuttern ist, dass sie auch überzogen sind und natürlich Faktoren wie Korrosion, Bremsstaub, etc. hinzukommen, sodass du ein wesentlich höheres Lösemoment als das empfohlene Anzugsmoment der jeweiligen Hersteller benötigst. Der neue GDS 18V450HC verfügt über einen Lösemoment von 800 Newtonmeter und damit sind diese Radmuttern dieses Transporters ein Kinderspiel für ihn. Tja, ob das ein Kinderspiel ist, das möchte ich sonst gerne in der Praxis einmal ausprobieren. Auf die Halbzoll-Außen-Vierkant-Aufnahme passen sowohl unsere langen Stecknüsse, unsere kurzen Stecknüsse und speziell für den Radwechsel die mit Kunststoff ummantelnden Stecknüsse. Und natürlich ist im Lieferumfang immer auch der Gürtelclip dabei, dass man sich das Gerät relativ einfach hier am Gürtel oder an der Hose entsprechend befestigen kann. Ja, jetzt habt ihr viel gesehen, viel gehört. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr weitere Kommentare habt, vor allem wenn es noch Sachen gibt, die ihr bei einem Drehschlagschrauber vermisst, was wir noch besser machen könnten, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Und wenn ihr informiert bleiben wollt, abonniert einfach unseren Kanal und ihr seid immer auf den neuesten Stand. Tschüss. Tschüss. Outtakes. Balkongeländer, Handläufe in Treppenhäusern etc. Dafür ist es ideal ausgelegt. Radwechsel. Ja. Zu spät, oder? Dieses Gerät eignet sich auch hervorragend zum Radwechsel gerade an SUVs als auch an Transportern. Wie das funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Und dazu ziehen wir extra in die Autowerkstatt. Lasst euch überraschen. Wie macht der Johannes? Dann ist er fröhlich und dann legt er los.